An einem heißen Tag saß ich in meiner Lieblingsecke im Garten und habe eine Korbschale geflochten. Die Wand ist sogenannte Schicht. Am Ende habe ich sehr praktische Griffmulden angeflochten. Um diese herzustellen, habe ich mehrere Wäscheklammer benutzt. Über die Wäscheklammer habe ich einen sogenannten 4-paarigen Zuschlag einfach rübergeflocht. Dadurch entstehen sogenannte Griffmulden, die sehr stabil sind und dazu noch gut aussehen. Und die sind wirklich einfach zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020